Die Leute von dieser... Die Leute von dieser Show hier, die haben mich gefragt, ob ich einen Preis überreichen möchte. Für die beste Schauspielerin, nicht? Ist ja auch wieder so ein Witzbold da im Publikum, nicht? Mir hat gerade hinter der Bühne jemand erklärt, dass die Leute sich unheimlich danach drängeln, hier zu sitzen. Und ich hoffe, das Maul zu halten, weil sonst nämlich gehe ich weg. Und die Scheu ist ja dafür, dass Leute wie ich hier sind oder nicht. Ja, also, dann halten Sie gefährlich sich Ihren Mund. Dumme Sausi! Kannst du es dir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der hier oben reden muss, dass man da einfach nur die Schnauze halten muss? Kannst du es dir nicht vorstellen, lass es dir von irgendjemandem mit dem Hammer in dein Gehirn eindämmern? Ich arbeite hier, du störst mich! Und ich werde dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Arschloch! Leute, ich kann doch so nicht! Was soll das? Soll das ein Witz sein? Er wollte mich verarschen oder was? So blöd kann keiner sein, dass er so einer Dilettantin einen Preis überreicht! Ist denn das zu fassen, so was? Und du müllst dich da nicht ein, du dummes Sau, du! Ist überhaupt der Moment gekommen, dass ich hier in die Fresse haue! Nicht mal steig ich dir in die Fresse, da kannst du dich drauf verlassen, du! Wenn du zu frech wirst! Stehst im Weg! Stehst im Weg! Du Arschloch!